So, jetzt gibt's lecker Tomate, Ei und Salat für die Hühner, die wir schon wieder aufgestellt haben zum Füttern. Mal schauen, dass ich überhaupt reinkomme, ohne dass jemand wieder rauskommt. Dann würde ich das Ganze auch gerne machen, ohne es jemanden auf den Kopf zu schütten. Das ist immer nicht so einfach. Das ist immer gar nicht so einfach, ohne dass jemand auf den Kopf zu schütten. Jetzt kann geschlimmt werden. Hmm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.